Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Alt-Rektor Jasper, sehr geehrter Herr Kanzler Schöck, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Neben den eben genannten Einheiten der Technischen Fakultät weihen wir hier in der 4. Uferstadt heute auch zwei ganz andere, bewährte und an der FAU inzwischen unverzichtbare Institutionen am neuen Standort ein. Das Institut für Lerninnovation, kurz ILI, und das Fortbildungszentrum Hochschullehre, kurz FBZHL. Ich begrüße dazu ganz herzlich die beiden Leitungsteams, Herrn Dr. Held und Frau Prof. Steinkex, die leider heute nicht hier sein kann, sowie Herrn Dr. Cursio und Herrn Prof. Stender mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich will Ihnen kurz zu den beiden Institutionen was sagen, wie so das Arbeitsspektrum aussieht. Und ich beginne mit dem ILI, das zwei Arbeitsschwerpunkte hat. Zum einen das lebenslange und lebensbegleitende Lernen und zum anderen die Nutzung von Technologien und Medien beim Lernen. Das ILI hat den Anspruch, neue Technologien und Medien, mit neuen Technologien und Medien didaktische Szenarien zu entwickeln und zu erproben, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen völlig neue Lernchancen eröffnen. Darunter Jugendliche in Übergangsphasen, Strafgefangene, Berufsrückkehrerinnen und Seniorinnen und Senioren. Dabei wirken immer lernpsychologische und didaktische Zielsetzungen mit der Erprobung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zusammen. Das ILI arbeitet auf der Basis eines anwendungsorientierten Forschungsansatzes im Rahmen unterschiedlichster Ausschreibungen. Seit 1985 in EU-Rahmenprogrammen, Lifelong Learning-Programmen und weiteren EU-Programmen. Darüber hinaus für nationale und bayerische Ministerien in Kooperationen mit der Region und mit Industrie und Verwaltung. Das Team des ILI ist stark interdisziplinär und interkulturell geprägt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten zwölf Disziplinen und sechs Nationalitäten. Als Team sind sie insofern ganz hervorragend für transdisziplinäre und transnationale Kooperationen ausgewiesen. In zeitgleich etwa 20 Projekten arbeitet ILI in einem Netz von etwa 300 europäischen und nationalen Partnern. Zugleich ist das ILI Dienstleister für die eigene Universität. Und hier ist das zentrale Stichwort natürlich StudOn. Bei dem seit 2007 erfolgten kontinuierlichen Aufbau der Lern- und Prüfungsplattform der FAU waren die vielfältigen Projektvorerfahrungen von großem Nutzen. Die neuen Möglichkeiten der virtuellen Begleitung der Präsenzlehre haben die Lehre an der FAU nachhaltig verändert. Die Plattform registriert durchschnittlich inzwischen etwa 25.000 Besuche von Lehrenden und Studierenden pro Tag. Und tausende von Studierenden haben mittlerweile E-Prüfungen abgelegt. Ich will Ihnen darüber hinaus einige Meilensteine nennen, die die Innovationskraft von ILI belegen. So hat das Institut schon ab 1989 als erster Anbieter in Europa Internetzugänge für jedermann ermöglicht. Das war das Freenet Erlangen-Nürnberg. Schon damals war das ILI von der Vision geleitet, das Internet für Lernprozesse nutzbar zu machen. Ab 1993 hat das Institut mit diesem Know-how erste bundesweite Lernnetze aufgebaut. Seit 1997 widmet sich das ILI dem Thema der Technologienutzung von Seniorinnen und Senioren und hat das Seniorennetz Erlangen initiiert. Dieses Netz ist nach wie vor sehr aktiv. Tausende von Älteren wurden hier inzwischen von ehrenamtlichen Älteren in die Nutzung neuer Technologien eingeweiht und eingeführt. Seit 2003 bietet das ILI bundesweit sehr erfolgreiche E-Learning für Ältere an. Das ILI hat bei einem jährlichen Budget von 1,2 Millionen Euro eine Drittmittelquote von über 90 Prozent und gehört damit zu den wichtigsten Drittmitteleinwerbern an der Philosophischen Fakultät. An dieser Stelle richte ich meinen ausdrücklichen und sehr herzlichen Dank, verbunden mit guten Besserungswünschen, an meine Kollegin Frau Professorin Stein-Keks, die sich als ehemalige Dekanin der Philosophischen Fakultät und auch weiterhin als kommissarische Leiterin des ILI sehr intensiv und nachhaltig für die Geschicke des Instituts und auch für die seiner Dachorganisation, Herr Dekan Trinczek hat sie erwähnt, das ZELIT, eingesetzt hat und weiterhin einsetzt. Die zweite Institution, das Fortbildungszentrum Hochschullehre der FAU, ist rund 20 Jahre später im Jahr 2002 gegründet worden. Seither hat es allerdings eine rasante und höchst erfolgreiche Entwicklung hinter sich. Der Erfolg des FBZHL kommt schon in der Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen zum Ausdruck. Wurden im Wintersemester 2003, 2004, also gerade mal zwei Jahre nach der Gründung, gerade einmal sechs hochschuldidaktische Kurse angeboten, waren es sieben Jahre später schon 59 und es sind aktuell 86 Kurse, die pro Semester auf dem Programm stehen und sich hervorragender Nachfrage erfreuen. Damit zählt das FBZHL zu den erfolgreichsten Einrichtungen seiner Art in Bayern. Diese erfreuliche Entwicklung in der hochschuldidaktischen Qualifizierung des Lehrpersonals unterstreicht zugleich auch das hohe Engagement der Lehrenden dieser Universität. Und das freut mich als Vizepräsidentin für Lehre natürlich ganz besonders. Zum Erfolg des FBZHL hat vor allem auch die schrittweise Ausdifferenzierung der Angebotspalette beigetragen. Am Anfang wurden ausschließlich hochschulöffentliche Standardkurse für alle Lehrenden der FAU angeboten. Mit diesen Kursen, die auch weiterhin rege nachgefragt werden, können die Lehrenden der FAU das sogenannte Zertifikat Hochschullehre Bayern erwerben. Das Zertifikat ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Nachweis ihrer hochschuldidaktischen und pädagogischen Eignung in Promotionsverfahren, Habilitationsverfahren oder Berufungsverfahren. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ein großer und weiter wachsender Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wert auf den Erwerb eines solchen Zertifikats legt. In den vergangenen Jahren wurde dann das Angebot zusätzlich auf fachspezifische hochschuldidaktische Angebote ausgeweitet. Die Lehre in der Medizin sieht eben anders aus als die in der Mathematik, der Theologie oder in den Wirtschaftswissenschaften. Dies erfordert auch eine jeweils spezifische hochschuldidaktische Herangehensweise. Mittlerweile liegen in diesem Bereich so viele Anfragen von Fächern vor, dass das FBZHL angesichts beschränkter Kapazitäten Wartelisten einrichten muss. Eine weitere Erfolgsgeschichte stellen die neuen Angebote zur hochschuldidaktischen Qualifizierung für Tutorinnen und Tutoren dar. Tutorielle Unterweisungen haben gerade im Kontext der Umstellung auf die Bachelor-Master-Studiengänge erheblich an Bedeutung gewonnen. Allerdings sind Tutorinnen und Tutoren von Hause aus zumeist vor allem fachlich versiert. Durch das Angebot des FBZHL besteht nunmehr die Möglichkeit, dass sich Tutorinnen und Tutoren auch hochschuldidaktisch für ihre Arbeit qualifizieren, um damit wiederum die Studierenden besser unterstützen zu können. Das Angebot startete vor gut drei Jahren mit vier Kursen. Seither hat sich die Anzahl mehr als vervierfacht. Zwei weitere, besonders attraktive Angebote will ich abschließend nicht unerwähnt lassen. Seit etwa fünf Jahren bietet das FBZHL eine sehr intensive Einzelbetreuung interessierter Kolleginnen und Kollegen an, vor allem für Professorinnen und Professoren und Habilitierte. Im Rahmen eines individuellen Coachings oder einer Hospitation können spezifische Probleme erörtert und Lösungswege erarbeitet werden. Inzwischen haben mehr als hundert Kolleginnen und Kollegen von diesem für das FBZHL sehr aufwendigen Angebot Gebrauch gemacht. Und das jüngste Kind des FBZHL ist die neue Infothek Lehre. Hier werden im wöchentlichen Rhythmus Lehrenden hochschuldidaktische Tipps und Good Practice Beispiele für die Lehre präsentiert. Dabei wird das Prinzip des informellen Lernens zugrunde gelegt. Das heißt, Lehrende der FAU, aber auch anderer Universitäten können sich unabhängig von räumlichen oder zeitlichen Vorgaben immer dann, wenn sie Zeit dafür haben, Anregungen für die eigene Lehre über die Lernplattform holen. Jeder von Ihnen ist herzlich eingeladen, dort mal reinzuschauen und dieses brandneue Angebot zu studieren. Das findet sich unter www.blog.fbzhl.de. Ganz einfach, blog.fbzhl.de. Alle Angebote des FBZHL werden kontinuierlich evaluiert und auch hier sind die Ergebnisse sehr erfolgreich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen sich äußerst zufrieden mit dem Angebot und sie schätzen ihren Lernerfolg durchweg hoch ein. Was noch erfreulicher ist, Transfer-Evaluationen belegen, dass sich die Kursinhalte im Lehralltag bemerkbar machen. Sie tragen also nachweisbar zu einer Steigerung der Qualität der Lehre an unserer Universität bei. Die konzeptionelle Ausdifferenzierung der Programmstruktur und die damit einhergehende Vergrößerung des Teams wurden durch Landesmittel, durch Mittel der FAU und durch die erfolgreiche Einwerbung von Fördermitteln des Bundes möglich. Ich freue mich, dass beide Institute, das ILI und das FBZHL, die zusammen mit dem Zentralinstitut für Lehr-Lernforschung zum neu gegründeten, schon erwähnten ZELIT, der Zentralen Einrichtung für Lehr-Lernforschung, Innovation und Transfer gehören, nun hier in der Vierter Uferstadt und in enger Nachbarschaft zu den Einrichtungen der Technischen Fakultät weiter wachsen und gedeihen können. In diesem Sinne wünsche ich beiden Instituten weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg. Applaus Applaus Vielen Dank.